Burghartsgrün muss auch 2017 mit einer lang andauernden Vollsperrung auf der Hauptstraße in Ortslage leben. An der S274 wird der Straßen- und Kanalbau fortgeführt. Die Umleitung erfolgt über Hundshübel, Neidharztal, Wolfsgrün. Das Autohaus Leonhardt, das Seniorenzentrum Herberge und das Hotel Zollhaus sind aus Richtung Tschorlau zu erreichen. Änderungen im Linienverkehr sind den Aushängen an den Bushaltestellen zu entnehmen. Bau und Sperrung sollen bis zum 15. November dauern.